nach das putz hochklettern und mal hier lang gehen vielleicht hier geht es auch weiter ist eine kiste auf dem podest sinnloser rüstungen drin bei solchen dungeon gang habe ich ab und zu gerne mal ein loch in jede seite rein und guck ob es da weitergeht guck hier geht es da ist es in der portal sie ist ab und zu muss man sich mal die wand reingraben das ist in der portal so sieht das aus achtung silberfische die krabbeln hier überall rum und hier oben haben wir das heiß ersehnte ender portal ach jetzt ein silberfisch borner so weg ist das ist es das ist das ender portal so hier müssen wir jetzt in jedes ding ender augen platzieren ich gehe mal rum hoffentlich habe ich genug hoffentlich erreicht gerade so eins habe ich noch übrig sagt jetzt haben wir die brühe und hier einfach rein spring ich bin auch automatisch jetzt ein aus versehen reingesprungen und ich bin im end siehst du mich so nicht du fliegst sie so halb in der luft mir macht es gerade irgendwie gar nichts auf jeden fall wird mir hier jetzt auch schon der boss angezeigt der endertrache menschen jetzt war mir auch achtung ja müssen uns hier raus graben mal an der seite am besten hier geht's raus ich guck mal ja nicht dass wir hier auf die spresse fliegen muss aber aufpassen dass natürlich auch überall der ender drach ja ich habe gerade schon gesehen der fliegt hier bei mir hoch ja komm am besten hier rein da bist du ein bisschen geschützt wir müssen jetzt versuchen eigentlich brauchen wir nur diesen end stone hier im end also diesen weißen stein hier auch ein bisschen was für diese soul charts aber wir können auch versuchen wenn wir jetzt schon hier sind den ender drachen zu können hier sind nicht dass wir dann alles verlieren wenn wir sterben sollten ja auf jeden fall ist der endertrache folgendermaßen zu besiegen für die die es nicht wissen er fliegt hier überall rum und wenn du ihn alleine angreifen würdest könntest du ihn nicht besiegen weil er sich immer wieder heilt in der welt stehen überall türme rum mit obendrauf solchen energiequellen die sehen fast aus wie saure ins auge so bisschen und diese energiequellen muss man überall zerstören ob es mit pfeilen oder oder so ist es egal und wir erst wenn alle zerstört sind und er kann sich nirgendwo mehr aufladen dann kann man den besiegen und gott sei dank haben wir den elektrik step weil da können wir uns auf die türme rauffliegen und einfach die energiequellen kaputt machen so das reicht an stein eigentlich schon ich esse mal noch ein rot damit ich voll aufgeladen bin es klingelt schon wieder der telefon egal kannst du hier raus gucken jetzt fliegen wir einfach mal da unten ist ein enderman das dauert auf uns und du musst natürlich aufpassen der welt wo du hin guckst weil überall sind enderman darfst natürlich nicht direkt am klatschen nee das wären zu viele sonst guck mal die ganze welt ist ja voll wir müssen am besten mal fliegen wir mal da hoch auf diesen obsidian turm genau hier siehst du auch schon die energiequelle des drachen hier oben mann scheiß telefon jetzt kann die dinger müssen wir zerstören aber am besten nicht direkt nebenan weil die explodieren ja und wenn du die alle zerstört hast dahinten siehst du noch haufen mehr jahre dann dann da kann man gerade mit rund 18 oder so was ja mensch wer ruft denn da die ganze zeit an so fliegen wir am besten mal darüber zu den ganzen anderen firmen was denn das hier ist so ein ender face start wo bist du da ist der drache ja ich renne hier irgendwo rum ich bin doch jeweils bei mir ständig stehen bleibt man stehen ja da kommt der drache frisst mich auf ist klar ich bin neben dir jetzt müssen wir einfach versuchen denn wir können auch einfach versuchen an den türmen vorbei zu laufen und ein pfeil hoch zu schießen also kann man die dinger unter anderem auch zu stellen sind einfach die ganzen dinger da oben zu stören in dem sich der drache auf lädt ich habe auch eins zerstört das ist natürlich viel einfacher wenn man den fliegenstab hat wow die müssen wir alle zerstören sonst wird der drache akko zack die hast du ja schon zerstört das babybutt ist ja schnell hier ja was denkst du dass ich hier rumkimmel ja so und erst wenn alle kaputt sind kann man dann den drachen put machen so zack sollte dann vielleicht bald mal den stab wechseln ja du musst aufpassen am besten auf die türen ich nehme alle an ja das ist schlecht wenn man boah das der drache boah nein 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 boah boah war das gerade knapp ich wäre jetzt fast drauf gegangen ich habe den drache gerade gehauen ja das ist gut weißt du was mir gerade passiert ist ey ich der ender drache der hat mich geschubst und auf jeden fall wäre ich jetzt um haaresbreite wäre ich fast aus der welt raus geflogen ich war schon unten im ganz tiefen schwarzen habe schon gedacht das war es jetzt aber ich konnte noch rechtzeitig meinen elektric staff zücken und mich wieder hoch schießen ei 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 das war arschknapp ich bin gerade noch ein paar energieballen hier zu stürmen so zack haben wir noch welche ich sehe nämlich keine mehr kannst du mir deine kurzen boah der heilt sich ja wieder das ausgesicht ach da unten bist du ja da hier muss noch irgendwo so ein ding drin versteckt sein ach da sind noch zwei versteckt ich muss erstmal das obsidian hier abbauen ich habe auch enderman hinter dir hier beschützt du mich mal vor den enderman falls was ist hier muss ich die dinge abbauen in dem kopf hier sind auch noch zwei ja ich habe sie gesehen versteckt das ist jetzt blöd so da muss ich auch noch zerstören beziehungsweise kann man da mit dem pfeil und bogen reinschießen die sind kaputt jetzt kann er sich nicht mehr regenerieren jetzt kann man abschießen mit zauberstäben mit pfeilen mit allem möglich ach da hinten ist noch ein kopf ach du scheiße überall sind diese scheiß köpfe also die köpfe kenne ich nicht die sind mir persönlich neu zack jetzt sind die auch zerstört du musst halt überall gucken wo der drache fäden zieht da heilt er sich noch zack wo heilt denn der sich noch da hinten habe ich doch noch irgendwo einen faden gesehen ach da hinten ist auch ein kopf wenn du da hin rennst brauche ich nicht da hin na ich schieße einfach mit dem pfeil rein zack jetzt ist das auch zerstört da hinten ist doch noch was oder okay man hat ein bisschen getroffen in ende dran ich versuche den fach mal abzuschießen und du machst da die dinger kaputt hast du spitz hat ja ich werde hier die ganze zeit von enderman angegriffen oh gott oh gott ja weil sie dich jetzt auf dem kieke haben das ist natürlich nicht so kickel die dinger sind kaputt helft dir mal mit den endermen hier hier kommen ja noch mehr andere am besten hinter dir ist einer das einzig gute ist du kriegst natürlich haufen wow der hat mich jetzt hier weggeprügelt der ist der ender der drache der enderman der drache wow da ist er jetzt können wir den versuch ja ich hau den immer ja also ich kann es nur mit ich probiere es mit geben so schade dass man den halt nicht besser zu schnappen kriegt wenn der da oben ewig rumfliegt aber so hat man natürlich auch bisschen zeit sich zu regenerieren ach da oben ist noch was wo sich heilt ja mach du das mal kaputt ich guck mal ob ich ihn klatschen kann hier ja oh der hat mich gerade gehauen der affe wo ist der freak jetzt der fliegt hier überall rum ähm ich habe ihn gerade noch an energieballen kaputt gemacht siehst du den ja der fliegt über mir rum ach ja genau ich bin hinter dir mal gucken aber noch wohin fliegt sich heilt ich glaube mittlerweile kann es jetzt kommt er niedrig an jetzt kann ich Pfeile schießen yeah boah er tut ja immer die enderman richtig mit wegprügeln wenn er kommt das ist aber gut so zack komm schon ich will dir einen Pfeil in die Brust schießen meine Fresse wie kann man denn den am besten anlocken ich flieg hier einfach mal auf so einen Schädel rauf vielleicht kann ich ihn da besser treffen zack ah nicht getroffen komm her enderman äh enderdrache der dicke soll jetzt halt mal her kommen ich habe keinen Pfeil oder sowas ja der ah der unten ist er ich sehe wieder nichts ach nicht getroffen scheiße ach scheiß enderman ja und verdammte scheiße dass es hier ständig lag boah ich habe einen Drache gerade durch Zufall getroffen aber der enderman der hat mich natürlich auch erwischt ja Sternschnuppe hahaha ja das ist gut hier kann man auch ab und zu mal eine Sternschnuppe einsammeln ich habe nur noch 57 Pfeile ich habe einen Drache gerade einmal getroffen jetzt kommt er wieder ach verdammt wieder vorbei komm her du scheiß Drache ich versuche den hier oben irgendwie zack ein bisschen zu kloppen aber hier ist ständig ein Enderman der sich her teleportiert und wieder abhaut und schon wieder leckt es zack wieder getroffen komm her Drache ach die Pfeile es ist übelst der Pfeilverschleiß hier man wieder nicht getroffen komm her Drache jetzt kommt er ich will auch klatschen ja da haben wir ihn schon ein paar mal gehabt hier ach scheiß Enderman lass mich in Ruhe auch wieder getroffen aber meine Gesundheit macht langsam zu schaffen ich muss mal ein Brot essen ja ist deine noch voll? na komm nochmal her ein Fettsack ich habe ihn gerade nochmal mit Pfeilen treffen können na Dickie komm komm fettig 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 Mensch ihr zieht ab hier da kommt er runter da ha ha ah jetzt hat er schon nur noch die Hälfte voll erwischt na komm her fettig 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 zack oh Komete wieder den schnapp ich mir ja hast ihn gesehen okay Drache komm zack ich habe ihn erwischt hinter dir oh jetzt hat er dich weggebolzt immer den Electric Steff in der Nähe haben falls du sich irgendwo die Welt runter schubst dann kannst du schnell wieder hochfliegen ja ja schade da drauf zu gehen so komm schon Fettig jetzt steuere direkt auf mich zu das ist gut zack 17 Schaden reingerotzt siehst du noch fliegen ja der sind ja ja ich sehe dich nicht da unten ich stehe auf dem Kopf hier oben drüber und halte mit dem Bogen gespannt wie Legolas sind stehe ich auf der Lauer aber soweit oh jetzt kommt er wieder jetzt kommt er am Ansturz ein Sturz ja hab ich nicht erwischt aber du ich erwische ihn gelegentlich auch mal zwar nicht oft habe ich erwischt ihn aber ja wird mir schwer wird mir schwer das doch gut bald haben wir ihn geschafft komm runter du Arschlauch komm schon ich halte den Bogen schon gespannen komm her komm her ach Mensch können die Endermans nicht mal die Fresse halten jetzt kommt er ich glaube der kommt der kommt der kommt hat auch auf mich zugesteuert zack nochmal getroffen ich soll jetzt mal runter kommen ja der ist bald kaputt der hat nicht mehr viel jetzt kommt er wieder ach ne jetzt doch nicht ich habe nur noch 15 Pfeile jetzt hätte ich mehr Pfeile komm 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 ja ist natürlich scheiße wenn wenn der bei mir ist und du schießt dann auf den dann fliegt der wieder hoch dann kann ich ihm keinen Schaden machen jetzt kommt er wieder ach so der fliegt dann wieder weg oder was ich dachte der behält seine Flugbahn bei das hat man doch grad bei mir grad gesehen das wo du wo der bei mir war und du geschossen hast dann ist er weg so kann ich den natürlich nicht jetzt kommt er wieder zu dir jetzt kommt er zu dir boah komm her du Arsch ist er wieder weg